Hallo und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, ich freue mich von meinen Freunden, die mich auch abonniert haben, also ich glaube einer war das, mit uns unterhalten habe, die auch einen Kanal haben, haben gesagt, ja du musst mich auch noch machen, ich wusste vorher gar nicht. Ich war noch ein bisschen krank, hatte sehr viel zu tun, Ostern, nehmt so. Und ich habe versucht ein Video hochzuladen. Da war mein Programm irgendwie nicht an. Dann hatte ich eben eine Feier, heute bin ich bei meinem Cousin. Siehne, mein Cousin ist auch heute losgefahren. Und eigentlich müsste ich jetzt draußen helfen, aber ich wollte wenigstens das Video jetzt noch machen. Und ja, ihr seht bestimmt zum letzten Video, ist ein Event neu rausgekommen. Ich habe jetzt ein KV-2, ein Guander, ein A-MX-LC-Biss und ein PZ.4A. Und bei dem Panzer ist es die coole, eben, dass der eben dieses hier hat, diesen Panzer, den DW-2. Und wenn der, diese eine Kanone, sieht aus wie ein richtig guter Panzer. Und ich habe mit dem KV-2 geärgert, weil der ist irre langsam. Und da, es gibt ja hier diese Kanone, die 400 Schaden macht. Ich habe jetzt die 800 Schaden Kanone drin. Aber eben, ich brauche das hier. Weil das geht gar nicht. Du bist so langsam mit dem Ding. Wenn ich Zeit habe, kann ich es euch noch zeigen, aber wir starten erstmal eine Runde mit dem rein. Weil ich will den nicht auf den anderen haben, eben. Und ich habe mitbekommen, ich gucke mir meine Videos dann mal selbst an, wenn man es so zeigen möchte oder so. Also, äh, ja, und bei dem letzten Video, dem Balloons, da war die Fans 5 Video, war da ja das Problem, dass eben kein Ton war. Und ich habe es, glaube ich, so geschnitten, dass da der Ton war, aber eben für mich, aber nicht für die Zuschauer. Eben für alle, die mich abonniert haben und die auch diese Videos gucken. Wir haben ein D2. Ja, wir, äh, wir haben 4er im Team. Guck mal, das ist so ein Panzer, den kann man sich kaufen für Gold. Das war mit der, wo ich das erste Mal wollte, auf den es so später war. Das ist einfach so ein Panzer, den ich mir einfach geleistet habe, weil es ein 4er ist. Daran ich mitgedacht habe in dem Moment. Dann habe ich von einem Freund erfahren, dass so eine Panzer, die Goldkosten besser sind als die anderen, ebenso als die. Aber auch nicht immer. Da habe ich mir so gedacht, zum ersten Mal, aber habe ich mir jetzt das für Gold gekauft, du kannst so viel für Gold machen. Und ihr habt gesehen, ich habe 3 Gold wieder. Ich hatte echt Probleme in letzter Zeit mit Gold und hast du eigentlich immer, finde ich. Manchmal hast du eben Glück und du hast eben genug Gold. Weil manche kennen das auch. Du hast eben so viel Gold und dann gibst du was anderes. Ja, du meinst, das ist ganz letzter Geld, das war irgendwo was gerade. So, ich habe echt da ist ein Dewey 2 und da hat es so ein Bett weggemacht. Ja, und ich wollte eben das so machen, dass ich einen Panzer habe. Da habe ich das wie so ein deutscher Panzer. Und dann habe ich einen deutschen genommen, den geguckt, ob das so hat. Und habe dann eben gespielt und gespielt, bis ich jetzt den habe. Es hat ein bisschen gedauert und Och nein, das lade ich mir 30 Jahre nachgefühlt. Der Panzer ist echt heftig, den ich jetzt habe. Also der zieht wirklich richtig rein. Die Granatenschaden sind hoch. Bis zu 200. Wenn ich so ein Verstäbe 240 oder so. Ne, ich habe nicht mehr. Der ist immer tot. Egal was du machst. Weil der es einfach nicht macht. Ich habe gerade gesehen, ein Hetzer gegen den B1. Das ist ja total unfair. Weil der Hetzer wird definitiv durchgewinnen. Weil der Hetzer einfach ein bisschen schneller ist als der B1. Und ich habe es so gemacht. Ihr kennt, auch andere Leute, die ich kenne, wissen ja, dass die Einheit, die ich gerade habe, nicht so viele Leben haben. Und ich habe, ja, du kannst. Alter, sehr viel gepanzert. Da, Melissa kann doch sieht aus wie ein richtiger Panzer, finde ich. Du ladest so lange nach. Was? Der Hetzer ist tot? Ja, der wird da bestimmt das Überliste haben und irgendwo eingeklemmt in der Ecke. Aber... Ich habe genauso viel Leben wie der B1. Ich glaube, ich mache nur, dass die eine hier... Jetzt sehe ich noch ein bisschen vorsichtig, weil der Arm vielleicht mal ein Video hochladen kann. Wie ist denn der so gepanzert hat? Ich bräuchte einen Gratschuss genau rein. Ach, schade. Ich gehe nicht mal durch. Also... Dann bis heute Abend hoffentlich. Und dann... Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.